Willkommen zu den Universal TV Highland Games. Erste Disziplin. Hockey mit Nachschlag. Das hiel mir nicht fair. Zweite Disziplin. Lass dich volllaufen wie Loch Ness. Ich hab für zehn Männer das erfunden. Doch bin ich nüchtern wie ein kleinkind. Dritte Disziplin. Schlag deinen Gegner zu Haggis. Wenn du deinen Frust abbauen musst, bin ich dir sehr gern behilflich. Freut euch auf diese und viele weitere Wettkämpfe. Sind die Männer bereit für solch eine strapaziöse Aufgabe? Drei Wochenenden. Drei Staffeln. Outlander im Marathon. Das Schotten rockt so richtig. Hast du Angst? Wir werden kämpfen. Die Universal TV Highland Games. Los geht's am 12. und 13. Juni ab 12 Uhr auf Universal TV.